Am Samstag ist Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen. Ein Attentäter traf ihn am Ohr. Jetzt stellt sich heraus, dass der Präsidentschaftskandidat nur der Anfang einer Reihe von Zielen gewesen wäre. Donald Trump wurde bei Wahlkampfveranstaltung angeschossen. Am Samstag trat der Präsidentschaftskandidat Donald Trump, 78, für seine Wahlkampfveranstaltung auf einer Bühne in der Stadt Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania auf, als plötzliche mehrere Schüsse in seine Richtung abgefeuert wurden. Der Attentäter Thomas Matthew Crooks, 20, verpasste sein Ziel nur knapp. Trump wurde mit einem Streifschuss am Ohr von der Bühne gebracht. Ein Besucher der Veranstaltung starb und zwei weitere wurden verletzt. Der Schütze selbst wurde Sekunden danach von Agenten des Secret Service erschossen. Sein Motiv, bislang unklar. Doch nun stellt sich heraus, dass Thomas Matthew noch weitere Menschen auf seiner Totenliste gehabt hätte. Und zwar einen britischen Royal. Prinz Harry? Wäre er das nächste Ziel des Attentäters gewesen? Laut eines FBI-Berichts, der Mirra vorliegen soll, hätte der Attentäter zu hochrangigen Persönlichkeiten recherchiert. So fanden sie Informationen über den FBI-Direktor Christopher Wray, US-Justizminister Merrick Garland, aber auch Bilder von US-Präsident Joe Biden und Donald Trump sowie Daten von bevorstehenden Veranstaltungen. Der Schütze soll auch ein nicht namentlich genanntes Mitglied der britischen Königsfamilie anvisiert und ausgekundschaftet haben. Könnte es sich vielleicht um Prinz Harry, 39, handeln? Der Verdacht liegt nahe, denn er passt ins Bild. Der 39-Jährige ist ein britischer Royal und ein hochrangiges Ziel. Er tritt bei öffentlichen Veranstaltungen auf, bei denen die Sicherheitsvorkehrungen im Vergleich zu denen der anderen Royals nicht so hoch sind. Außerdem wäre er erreichbarer gewesen, weil er, wie der erschossene Attentäter, in den USA lebt. Um welches Mitglied der britischen Königsfamilie es sich jedoch genau handelt, sei trotz intensiver Ermittlungen weiterhin unklar.